Ein absolutes Schreckensszenario, eingefangen von einer Überwachungskamera. Eine Elfjährige wartet an einer Bushaltestelle in der amerikanischen Stadt Escambia County, Florida. Plötzlich hält ein weißer SUV an, Sekunden später rannt ein Mann auf sie zu, schnappt sich das Kind, versucht es in seinen Wagen zu ziehen. Mit größter Mühe kann die Elfjährige sich aber freikämpfen und die Entführung so verhindern. Nur kurze Zeit später kann die Polizei den Mann tatsächlich festnehmen. Videoaufnahmen vom Tatort und vom Auto führen sie zu seiner Wohnung. Der 31-Jährige hat bereits Vorstrafen wegen sexueller Handlungen mit Kindern. Er wurde angeklagt wegen versuchter Entführung und schwerer Körperverletzung.